Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen, aber feinen Video, denn wir haben jetzt die 1000 Abonnenten Marke geknackt. Zuerst möchte ich mich bei allen treuen Zuschauern und dieser kleinen Community bedanken, für all euren Support, egal in welcher Form, sei es Lob, Kritik oder Ideen für neue Videos. Vielen Dank! Ich habe lange überlegt, was man zu diesem kleinen Meilenstein machen kann. FAQ Video, Desktop Tour, alles irgendwie ein bisschen langweilig. Da habe ich gedacht, hey, was brauchen junge, aufstrebende Produzenten? Klar, Samples. Und was ist besser als Samples? Free Samples. Deswegen verschenke ich zu meinem 1000 Abonnenten Special mein allererstes Sample Pack mit dem Namen Z-Vibes E-Gitarren Samples. In diesem Sample Pack findet ihr 6 verschiedene E-Gitarren Samples, die ich selbst aufgenommen habe. Keine Angst, die zeige ich euch gleich noch. Diese Samples sind unterteilt in einmal in eine Tri-Version, also komplett trocken, nur ein paar Stöckereiche entfernt und eine leichte Komprimierung. Und einmal in eine Wet-Version mit ein paar Effekten, wo ich denke, die passen ganz gut zusammen. Nutzt diese gerne in euren Produktionen, ich bin schon gespannt, was ihr daraus zaubert. Ihr findet jetzt unten in der Videobeschreibung einen Dropbox-Link zu diesem Sample Pack, das könnt ihr euch einfach kostenlos runterladen. Für die Leute in der Zukunft, wenn dieser Dropbox-Link mal nicht mehr da ist, wird er ausgetauscht durch einen Link zu meiner Webseite, die ich gerade plane. Das wird aber noch ein bisschen dauern. So Leute, das war es auch wieder für heute. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, das kleine Geschenk gefällt euch und ihr habt ein bisschen Freude damit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.